Ja, gestern Abend hatten wir ein Meeting oder Treffen besser gesagt mit Kommissar Aframopoulos, der uns ganz locker mit verächtlicher Miene klar macht und darüber berichtete, am 19. Dezember wird die EU ganz einfach diesem Pakt beitreten. Auf irgendwelche Einwände hin, das ginge doch nicht, wenn nicht alle Staaten einverstanden sind, meinte er, das geht sehr wohl, denn es handelt sich hier um keinen Vertrag mit Rechtsfolgen, sondern um eine Absichtserklärung und diese Absichtserklärung habe bereits das EU-Parlament positiv zugestimmt. Ich halte das für einen Skandal, dass hier der klare Wille der Mitgliedstaaten verfälscht wird und ich bin gespannt, wie diese Mitgliedstaaten auf diese Reaktion reagieren, denn letztendlich war es Aframopoulos, der gestern Abend sagte, es ist ihm scheißegal, wie die Staaten reagieren, wir machen das.